Ja Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, wir spielen heute mal wieder TTT mit dem lieben NDP. Hallo! Hallo meine lieben Nutzer draußen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge GOMAHD Minecraft oder Minecraft GOMAHD eher gesagt mit der lieben Slautzer. Warte, ja hier meine Doppel an Moderation, dafür möchte ich noch irgendwas anfügen. Ja, also ähm Leute, wir spielen heute TTT, sage mal wieder, weil ihr hoffentlich schon ein neues Video ausgecheckt habt. Das sehe ich natürlich wie angekündigt und wie immer am Freitag um 20 Uhr hochgeladen habe und ja, sie regt und so, logt mich einfach nicht. Und ja, ja Leute, dafür entschuldige ich mich schonmal. Und, Gabi, man steht schon beim Eisenschwert. Das ist das Opfer. Ich hab's Eisenschwert vor die Unterbrechung. Nehmen wir jetzt mal wieder zusammen auf, ich glaube wir werden jetzt vielleicht öfter zusammen, was ist vielleicht, wir werden jetzt in dieser Zeit öfter zusammen aufnehmen, da wir auch in der Klasse sind und zwar so Gymnasium. Genau. Und ja, deswegen nehmen wir jetzt mal auf. Und ja, die letzte Folge, kann ich jetzt in seinem Buch mit angekommen ist, weil, ich hab dir erst vorhin genug so verhauen. Ich hab einen Traitor getötet. Zwei Minuten, eine Minute, drei Minuten, wer für dir. Und ja, deshalb, deshalb kann ich mich dafür bedanken, aber ich bedanke mich trotzdem, dass ich mich jetzt insgesamt schon so richtig super unterstützt hab. Ich hab jetzt sechs Abonnenten und es ist schon ein ganz schön großer Sprung, wenn man uns ja brauchen sieht und man ist abonnentet. Ja, du musst ja so komisch an jetzt. Ich werd random gekillt. Von wem? Spooky Pfeiler. Von, was du? Mein Phil. Ja. Ich wurde auch getötet. Fuck, Alter, vor die Scheiß-Folge. Gut, ich werde sie so hochladen. Leute, Scheiß-Folge. Schöder haben gewonnen. Ja, fickt euch. War ja so klar, Leute. So klar. Kein GG-Leute. Ich finde das einfach so dermaßen unfair, so boos Bämeln, aber nicht. Ja, normal hier bei TTT, nee. Okay. So. Ähm, ja. Sehen wir uns im nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne eine Bewertung dalassen. Ähm, wenn ihr solche Videos nicht mehr verpassen wollt, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüüüüss. Tschüüüü. Tschüüüüüüss. Tschüüüüüüü S & Nm 2